Herzlich Willkommen in der Ems-Trader Höhe. Mein Name ist Tante Ehe. Wir werden heute hier in diesem unlautvollen Etablissement einen ganz entzückenden Kaffeeklatsch veranstalten, und zwar am zweiten Advent. Deshalb habe ich mich heute etwas weihnachtlich gekleidet und ich freue mich sehr auf leckere Kuchen, heißen Kaffee und nette Gäste in der Ems-Trader Höhe. Viel Spaß!